Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Herr Bundeskanzler, Sie und Ihre Regierungsmitglieder nennen sich ja selbst gern die Fortschrittskoalition. Leider ist das Einzige, was in unserem Land ernsthaft voranschreitet, die Spaltung der Gesellschaft. Millionen Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihr ganz normales Leben bezahlen wollen. Unsere Wirtschaft droht eine schwere Rezession. In Ihrer Regierung aber herrscht das Chaos. Und wenn es darum geht, die Bevölkerung wirksam zu entlasten, dann wird endlos gezögert und gezaudert. Und was dann rauskommt, ist meistens Murks. Chaos und Murks bei Ihren spärlichen Entlastungspäckchen, Chaos beim Umgang mit Christian Lindners, heiliger Kuh, der Schuldenbremse. Und auch die Atomkraftdebatte hat wieder gezeigt, dass es Ihnen vor allem darum geht, den jeweiligen Befindlichkeiten Ihrer Minister gerecht zu werden und eben nicht um die Belange der Bevölkerung. Aber das geht so nicht. Man stelle sich einmal vor, Sie hätten all die Stunden, die Sie sich sinnlos gestritten haben, dafür genutzt, die Menschen vor der Preisexplosion wirksam zu schützen, indem Sie zum Beispiel den versprochenen Strompreisdeckel eingeführt hätten oder einen vernünftigen Gaspreisdeckel, und zwar jetzt und nicht am Ende der Heizperiode im März. Was ist das denn? Und auch heute haben Sie sich wieder gelobt für Ihre lächerlichen Entlastungspäckchen. Und ich möchte Ihnen dazu eines sagen, ich meine, Sie als Norddeutsche sollten doch wissen, es reicht nicht, den Deich auf zwei Meter aufzuschütten, bei zehn Meter Hochwasser. Da braucht es mehr, um die Katastrophe zu verhindern. Das ist die Wahrheit. Wir brauchen sofort einen Energiepreisdeckel für Verbraucherinnen und Verbraucher, genauso für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, und zwar auf bezahlbarem Niveau. Außerdem müssen alle Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen wirksam entlastet werden. Wir wollen 1.500 Euro Wintergeld pro Haushalt plus 600 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied. Das würde wirklich etwas bringen. Und wenn Sie sagen, dass dafür kein Geld da sei, dann ist das einfach Quatsch. Besteuern Sie endlich die perversen Übergewinne der Energiekonzerne. Die liegen jetzt schon bei über 100 Milliarden Euro. Außerdem führen Sie endlich eine gerechte Vermögensteuer ein. Ich meine, wenn Sie trotz dieser existenziellen Krise immer noch nicht bereit sind, die Superreichen gerecht zu besteuern, dann regieren Sie einfach an den Belangen der Mehrheit vorbei. So ist das leider. Und außerdem muss selbstverständlich die Schuldenbremse auch im nächsten Jahr ausgesetzt werden. Alles andere ist unverantwortlich. Vernunft vor Ideologie, das muss auch in der Finanzpolitik endlich gelten. Der Präsident der Chemieindustrie, der warnt davor, Deutschland könne vom Industrieland zum Industriemuseum werden. In der Stahlbranche brot aktuell tausenden Arbeiterinnen und Arbeitern der Arbeitsplatzverlust. Denn wenn sich die Lage nicht bald deutlich verbessert, dann wird die Produktion nach und nach in Länder mit geringeren Energiekosten verlagert werden. Das darf nicht passieren, Kolleginnen und Kollegen. Auch Ihre außenpolitische Bilanz, die ist leider ernüchternd. Ja, seit fast acht Monaten tobt bereits Putins schrecklicher Krieg in der Ukraine. Und es muss doch eigentlich endlich auch bei Ihnen die Erkenntnis gereift sein, dass dieser Krieg nicht weiter eskalieren darf. Nein, er muss möglichst schnell beendet werden. Und das geht nur über Verhandlungen. Ja, es braucht jetzt Diplomatie statt Waffenlieferungen. Und es geht eben nicht, und das möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen, dass denjenigen, die das aussprechen, was vernünftig ist, dass denen unterstellt wird, dass sie Verständnis hätten für Putin, das ist einfach Blödsinn. Und es macht das Geschäft genau von denen, die diese Argumente instrumentalisieren für ihre Hetze. Das ist die Wahrheit. Das ist instrumentell. Sie sind doch sonst immer für Aufrüstung und für Militarisierung. Nein, unsere Haltung ist da konsequent. Nur Diplomatie und Vernunft sind der richtige Weg. Und das Gleiche gilt übrigens auch für berechtigte Kritik an den allgemeinen Wirtschaftssanktionen. Fakt ist, diese Sanktionen schaden Deutschland, der EU und den Ländern des globalen Südens enorm. Russlands Kriegsmaschinerie rollt aber unbeeindruckt weiter. Die russische Wirtschaft ist weiterhin stabil. Herr Scholz, Sie haben selbst versprochen, es würde keine Sanktionen geben, die uns mehr schaden als Russland. Handeln Sie endlich danach. Und bevor Sie uns jetzt weiter oder wiederkommen mit Ihrer angeblichen wertebasierten Außenpolitik, Sie unterhalten beste Beziehungen zu Diktaturen, wie zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Dahin liefern Sie jetzt sogar Kampfjets. Kampfjets, mit denen die saudische Luftwaffe systematisch Zivilisten im Jemen bombardiert. In diesem schrecklichen Krieg sind bereits 400.000 Zivilisten ermordet worden. Und das Sterben geht weiter. Und Ihre Außenministerin, Annalena Baerbock, die sagt dazu allen Ernstes, man müsste ja nun mal die Bündnisverpflichtungen erfüllen. Und ohne diese Lieferung der Kampfjet an Saudi-Arabien müsse Deutschland im sozialen Bereich ja noch mehr sparen. Kampfjets für die Kindergrundsicherung. So stand es treffend im Spiegel. Ich meine, wie zynisch ist das denn? Und wie zynisch ist das eigentlich den Kindern im Jemen gegenüber? Nein, Menschenrechte, die müssen immer und überall gelten. Und eben nicht nur da und dann, wenn es Ihnen geopolitisch in den Kram passt. Dankeschön. Applaus 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 B B ды